Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Microforge Modding Tutorial. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit der Farbgestaltung, auch wenn das ziemlich wenig mit Microforge Modding zu tun hat, weil man das auch in Resource Packs und so machen kann, aber ich dachte einfach, ich mach's einfach mal, weil es richtig geil aussieht und man... und man... oh, ich kann nicht reden, und man damit auch richtig geile Sachen machen kann. Gut, man kann in zwei verschiedene Sachen Farbgestaltung machen, nämlich einmal in der mcmod.info Datei und einmal einfach bei den Items und in der Sprachdatei. Okay, wir fangen mit der mcmod.info Datei an, weil die recht einfach ist und wir sehen hier, ich hab das schon ein bisschen angefangen, weil ich hatte schon ein Fail-Video, weil ich da alles falsch erklärt hab, aber ich hoffe, ich mach's diesmal einfach mal richtig, deshalb hab ich's auch nicht gelöscht, sondern hab einfach mal die ganzen Farbcodes schon gelassen, weil Farbcodes, ich stelle euch den Link in die Beschreibung, die finden wir hier unter gamepedia.com formattingcodes, der Link steht natürlich in der Beschreibung, hier sehen wir alle Farbcodes, die es in Minecraft gibt und auch die, äh, hier die... Aber wie heißen die? Hat diese, äh, nicht Farbcodes, sondern halt so verschiedene Formatierungscodes, halt so fett durchgestrichen und so ein Zeug und ja. Das findet ihr alles hier und da könnt ihr nachschauen, wie das alles heißt, weil ich hab das jetzt hier einfach formatiert, hier schreiben wir einfach dieses Paragrafzeichen und dann die Zahl hin. Aber ganz wichtig ist, wenn ihr sowas macht, dass in solche animierten Striche, also mit und K, äh, nicht und K, Paragrafzeichen K natürlich, dann gehen immer so hoch und runter, das findet man bei einigen Servern auch und dieses, äh, Paragrafzeichen R resettert das alles wieder. Aber ganz wichtig, ihr müsst immer als erstes die Farbe angeben und dann könnt ihr diese anderen Zeichen, wie zum Beispiel Fett geschrieben und, äh, so, äh, verschlüsselt, so Magic-Zeichen halt machen. Aber immer erst die Farbe angeben, weil sonst, äh, funktioniert das nicht, sonst ist das so ein bisschen verpackt. Gut, äh, ich hab das hier überall ein bisschen was angegeben, äh, ihr müsst das natürlich nicht machen, ihr könnt das immer machen. Auf jeden Fall ganz wichtig, bei der Mod-ID natürlich nichts angeben, weil die muss genauso heißen wie da und wenn die anders heißt, dann wird die Datei nicht mehr geladen. Und am besten bei der Version und bei der Minecraft-Version auch nichts angeben. Und bei der Update-URL am besten auch nicht, weil die haben wir eh nicht belegt und bei den anderen natürlich auch nicht. Aber überall da, wo ich's ich gemacht hab, können wir's auch machen, ihr könnt's sogar hier noch bei Credits und so machen und bei Autorlist, das könnt ihr alles machen. Und ja, die mcmod.nifo ist damit eigentlich fertig, weil das ist eigentlich recht einfach, das kennen vielleicht auch schon Server-Macher, aber obwohl, da nimmt man, glaub ich, nicht die, äh, Paragraph-Zeichen her, sondern so einen anderen, äh, UTF-Fabcourt, oder so. Also es ist dann irgendwie Backslash irgendwie so ein paar Nummern, käme ich nicht so mit aus, aber gut. Ähm, dann können wir das natürlich noch in der Language-Datei machen, da geh ich jetzt auch mal rein, das hab ich ja nämlich auch schon gemacht. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil man muss vor jedes Paragraph-Zeichen und diese Nummer, muss man noch ein A mit so einem Dach drüber setzen, das heißt Sycone-Flex, A mit Sycone-Flex, das, äh, die Französischen kennen das vielleicht. Dieses Zeichen, dieses komische Dach, oder Hochzeichen, wie's auch in der Informatik, da meistens vermittelt wird im Computer, findet man unter Escape meistens, wo auch dieser, äh, Celsius-Kringel ist, und wenn man da einmal drauf drückt, wenn man da einmal drauf drückt, kommt dieses, äh, Hochzeichen, also zwei Dächer, einfach so, wenn man einmal drauf drückt und dann Shift-A drückt, also ein großes A, dann kommt da so ein A-Zeichen raus. Genauso eins brauchen wir, ich stelle es euch auch nochmal in der Beschreibung, in die, in der Beschreibung, ja, ganz klar, in die Beschreibung natürlich, ähm, damit ihr es euch, oi, oi, boah, ich kann nicht mehr reden, was ist eigentlich los? Äh, natürlich, dass ihr es euch aus der Beschreibung auch rauskopieren könnt und dann auch hernehmen könnt. Hier hab ich auch nochmal alles gesettet und hier hab ich wieder die Farbe als erstes angegeben und dann, dass es nochmal fett geschrieben werden soll. Gut. Ich würd sagen, wir starten einmal Microsoft und sehen uns dann wieder, bis dahin, ciao. So, wir sind nun in Minecraft und, äh, in dem normalen Screen-Modus, also hier so einfach Minecraft offen. Und wenn wir jetzt auf Mods gehen, wo uns ja mcmod.info-Datei auch angezeigt wird, dann sehen wir hier schon, ist das schön lila geschrieben, die anderen sind alle weiß und wir sehen, dass das hier schön animiert ist, zum Beispiel hier ist das fett geschrieben und rot oder hier sind diese, äh, Magic-Balken, die, ach nee, die gelb und, äh, fett sind und so hin und her tanzen. Und hier ist YouTube auch nochmal lila geschrieben und ja, wenn wir da jetzt in unserer Welt gehen, dann können wir uns auch anschauen, wie wir das in der Language-Datei gemacht haben. Und laden wir schnell da Minecraft. So, gut. Ich hab die Artikel schon mal im Inventar, aber wenn wir jetzt eh machen und in unserem Tab gehen und drüber fahren, dann sehen wir schon, dass das fett geschrieben ist und so lila. Das habe ich mit dem Farbcode, äh, dieses A, mit diesem Dach drüber, äh, Paragraph-Zeichen und D gemacht, weil das so ein helles Lieder und dann schön fett nochmal gemacht mit, und, äh, diesem L. Und dann hab ich hier nochmal das alles so in, äh, Türkis gemacht. Ne, Aqua, glaube ich, heißt das. Dark Aqua oder so. Auf jeden Fall, äh, doch, Paragraph-Zeichen 3 müsste das sein. Ja, ich glaub schon, ich kenn mich damit immer nicht so ganz aus, aber gut. Auf jeden Fall finde ich das recht geil, weil das einmal viel ansprechender aussieht, wenn das so ein bisschen, ja, farbig ist. Ich weiß nicht, ich find das weiß irgendwie nicht so schön. Ich mag das viele, weil wenn das so ein bisschen farbig ist, zum Beispiel, mach ich das aber auch so Goldäpfel einfach übelst, weil die einfach so schön farbig sind. Und der auch. Und Diamanten. Ja, irgendwas ist doch noch farbig. Äh, ja, Enchanted Bücher sind farbig noch, aber gut. Die sind jetzt nicht so... Ach, irgendwas war noch Enchanted, irgendwas mit dir, aber ich weiß es nicht. Also, hat so farbigen Namen gehabt. Auf jeden Fall, ich finde... Ach ja, Enchanted Sachen, glaub ich. Das weiß ich nicht. Na, egal. Ich find das auch immer übelst geil, dass man das so hier machen kann. Das kann man natürlich auch in Resource-Packs machen, wie ich schon gesagt hab. Aber, ich hab das euch einfach nochmal gezeigt, wie das auch auf unserem Mod hernehmen. Und, ja. Ich würd sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und da schau ich mal, was ich mache. Hab schon, äh... Ja, doch, ich glaub, ich weiß, was ich mache. Aber, ich mag's lieber nur nicht verraten. Deshalb, ja. Gut, wir sehen uns dann bis dahin. Und, ja, ciao. Ciao.